wie schlägt sich die prime banane? oh 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 oh! hallo hallo prime banane bitte! man darf edi nicht unterschätzen man unterschätzt ihn glaube ich weil ihm das er ist nicht so dieser pro also angesehener pro aber erst wenn man wenn er sich konzentriert wenn er vernünftig spielt ist er kein schlechter spieler sondern das darf man nicht unterschätzen bin gespannt wie edi sich schlägt alter hakan hakan mein lieber oh die prime banane oh warte mal oh oh choke von lust was passiert hier warte mal warte mal warte mal was passiert hier oh 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 mein Eli! Das ist Kraft! Wahnsinn! Kilian! Was passiert hier? Ich habe auf Richard gespielt! Ich schwöre euch, ich habe auf Richard gespielt! Eli gegen Anders! Ich kann auch reverse Elastika! Ich kann auch reverse Elastika! Oh oh! Oh oh! Oh! 1-0 Oh nein! Nicht so! Oh! Oh! Jungs! Merck gegen Bene! Was soll das Ergebnis? Nein! Nein! Man kann das nicht verteidigen, Freunde! The hell! Blacky Cups ist größer als EA! Nein, bro! EA hat mehr Preis und mehr Geld. Aber wir versuchen das Beste, bro! Ich weiß gar nicht, wo ich hinspiele. Oh! Er spielt gut, Freunde! Also was soll ich euch erzählen? Er ist so schnell auf seinen Zeigefingern! Er ist so schnell auf seinen Zeigefingern! Lost führt 1-0! Ihr müsst... Wie besteht es in einem anderen Spiel-Chat? Ihr müsst hoffen, dass Lost und Principe 1-1 spielen, damit Edi weiterkommt. Weil Edi wird das Spiel verlieren hier? Vielleicht? Und Edi muss... Also Lost und Principe müssen unentschieden spielen. Oh! Oh, Eli! Ich kann irgendwie nicht drücken. Das lädt nicht, weil das kommt nicht. Weißt du, was ich da machen kann? Warte mal jetzt hier! Eli! Oh mein Gott! Was passiert hier? Du kennst das! Du kennst das! Er kann das! Ein Tor und Wiesen weiter, Chat! Markier den einfach! Der FVP ganz oben! Warte mal, ist... Ich weiß gar nicht, wer weiter ist, wenn das so ist! Ist Edi weiter eigentlich? Ich weiß auch nicht! Kann sein! Kann sein! Warte, geht... Die beiden haben Tor-Differenz... Direkter Vergleich haben die Dings gleich! Dann kommt auf Tor-Differenz an! Edi ist weiter! Edi ist weiter! Wenn er jetzt nicht noch höher verliert! Sollte reichen! Ach du Scheiße! Wie spannend ist die Scheiße hier, Alter! Denk mal nach! Edi kommt in der Gruppe mit Lost anders und Prinzip hier weiter, Bruder! Boah! Komm mal darauf klar! Und das... Ey, das ist... Ich hör das krass! Prinzip hat noch Pulsichtbluten, ne? Und Lost manchmal während Choken! Boah! Lost hat richtige Legs! Ich seh das, ja! Alter! Was für ein Gameplay kommt bei Lost? Warte mal! Guck mal hier! Oh! 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 Okay, jetzt müssen wir bei Lost gucken! Lost will entscheiden, ob Elie weiter ist! Oh, oh! 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 Aber was ist dein Prinzip, er ein Tor macht und Loft noch ein Tor macht? Ja, dann ist links weiter. Der hat minus 1 Prinzip hier, der muss auf Pus minus 0 kommen. Oh, was macht los? Oh mein Gott, Eli wird so durchdrehen. Das ist Eli nicht. Hast du Eli geguckt? Ja. Oh mein Gott. Sobald die Faust. Oh mein Gott, wie in Loft fliegt er raus? Boah, ich will gar nicht wissen, was... Oh oh, guck mal. Ich will gar nicht wissen, was gleich abgeht in Loft für den Chat. Oh oh. Loft kriegt ein Hate, glaub ich gleich. Oh 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 oh, das war Game Over, Eli raus. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es wird so, Alter. Genau das durfte nicht passieren. Es ist zu Ende. Es ist zu Ende. Es ist zu Ende, Jett. Aber GG's. Niemand beleidigt. Schade. Schade, schade, schade. Schade, Digga. Der haut anders weg und dann kommt er nicht weiter. GG's. GG's. 86 7 9 7 8 9 7 8 9 8 9 10